Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht's Teil 2 bei der Firma CAE in Essen. Solltet ihr den ersten Teil verpasst haben, müsst ihr hier auf die Infokarte einmal klicken, weil es war höchstgeradig interessant und wir haben wirklich jede Menge zum Thema Schifter gelernt. Aber Christian ist natürlich auch wieder mit am Start. Jetzt geht es richtig ins Eingemachte, weil in diesem Teil, fällt mir gerade ein, das haben wir im letzten Teil ganz vergessen zu sagen, natürlich gucken wir jetzt auch noch ein bisschen eure Produktion an, aber eigentlich geht es um dieses Teil. Und zwar RS4 Limo. Es geht weiter, Thema Schaltung. Original ist dieses hässliche Teil da drin und nach vorne im Auto geht eine Stange, also eine, ich nenne sie mal Führungsstange, die einfach nichts macht, außer das Ding in Position zu halten und dann auf diesem Ding hier sitzt eine Stange, die hier durchgeht und am Schalten ist. Das ist natürlich für den sportlichen Fahrer semi-optimal, wenn man das so sagen kann. Richtig. Katastrophal. Es hat ja bis jetzt immer funktioniert, es geht besser. Hängt einfach damit zusammen, Thema Stange. Beide Seiten sind fest, das heißt, wenn sich jetzt der Motor bewegt, überträgt sich diese Bewegung natürlich mit der Stange mit und deswegen macht auch der Schaltknaufe im Innenraum mal so ein bisschen vor und zurück. Das gleiche hat man natürlich beim Schalten, wenn auf einmal der Motor vor und zurück kippt und alles ein bisschen hakelig wird. So, deswegen erster Punkt, was ihr gemacht habt, das Ganze umgebaut auf Schaltseile. Genau, auf Schaltseile. Der Vorteil ist halt, sieht man hier schon relativ deutlich, die Einbauposition ist natürlich nicht die, wie sie im Auto ist, weil ich kann dieses Getriebe, kann ich mal eben so ein bisschen so verdrehen und der Schifter schaltet trotzdem noch perfekt. Das wäre mit Schaltstange unmöglich. Genau, das wäre gleich Feierabend. Genau. Das ist halt der Vorteil von dem Umbau auf Schaltseile. So machen es ja die meisten Automobilhersteller heute, speziell wenn der Motor quer eingebaut ist. Bei den längst eingebauten Motoren ist immer noch Schaltstange drin. Wir sind halt den Weg gegangen, um genau diese Problematik, dass der Schalthebel, dafür ist ja genau hier diese Führungsschiene, dass der beim Fahren, weil der Motor ja auch vorwärts sich bewegt in den Motorlagern, so ein bisschen nicht viel, aber das ist schon die Bewegung, um das zu eliminieren. Bei mir war immer das Problem mit Schaltstange, wenn du natürlich diese krasse Leistung plus Traktion hast, du legst einen Start hin, das ganze Triebwerk kippt nach hinten, will vorne eigentlich raus. In dem Moment hat man natürlich übertrieben gesagt eine richtige Beule auf der Schaltstange. Das heißt, da passt natürlich vom Schalten her, das war schon immer cool. Und jetzt mit den Schaltseilen dazwischen, übertrieben gesagt, der hier ist jetzt lose, kann man das Ganze auch in irgendwelche Richtungen drehen und das schaltet halt immer noch. Das ist ein Punkt. So, der zweite Punkt ist, bisher gab es von euch immer nur diesen Shifter, der quasi so krass aus der Mittelkonsole rauskommt. Ich habe hier meine Mittelkonsole mitgebracht, die können wir da nämlich mal so sonst rüberstellen. Das wird irgendwo so, passt jetzt natürlich über das Plastik nicht ganz rüber, aber irgendwie so übertrieben gesagt, so in der Richtung wird das irgendwie so gesessen. Man hat die komplette Mechanik gesehen, man musste die Mittelkonsole auch ein bisschen bearbeiten, weil die ganze Mechanik halt so nicht da reingepasst hat. Also hier musste so ein bisschen ausgeschnitten werden und hier seitlich so ein bisschen. Ist natürlich für die Puristen, so wie dich, gar nichts. Mittlerweile ist die Problematik halt, dass es auch keine Teile mehr gibt für die originale Schaltbetätigung. Und da kommt natürlich dann unser Audi Street Shifter, haben wir den einfach mal getauft, weil der halt mehr so Richtung Straßenbetrieb geht. So, das heißt, ein riesen Unterschied an den beiden ist, also erstmal vielen, vielen Dank für die Umsetzung. War so eine typische Idee, die ich wieder irgendwie mal hatte und dass ihr das so schnell und so geil jetzt gemacht habt. Auf jeden Fall schon mal Chapeau. So, und jetzt seht ihr sofort, wie das Ganze flacher ist. Das heißt, dieses ganze Konstrukt kommt gar nicht mehr so weit raus. Das sind die originalen vier Anschraubpunkte. Die haben wir hier immer noch eins zu eins. Das heißt, man sieht relativ schnell, dass selbst die Höhe des Schaltknaufs noch im Rahmen ist. So, also ich sag mal, was sind das? Wahrscheinlich zwei Zentimeter oder so, der der Knauf nur höher ist. Aber das ist natürlich immer eine ganz andere Sache. Der normale Rennstreckenfahrer will natürlich einen Schaltknauf oben am Werkrad und so weiter haben. Ja, der eine oder andere findet es auch geil in einem RS4-Kombi, wenn das so aussieht. Aber ich war immer der, wo es eher ein bisschen dezenter aussehen sollte bei dem Auto. Deswegen finde ich die Version jetzt hier geil. So, und das heißt, wenn wir hier jetzt nämlich meine Mittelkonsole rüberstecken, dann wird das Ganze am Ende irgendwo so aussehen, ne? Ja, so in der Art. Krass, das heißt, ich kann ja wirklich hier meine Carbonabdeckung reinmachen mit so ein bisschen Alcantara rum und fertig, ne? Passen, ja. So, aber das ist ja auch noch nicht lange alles, weil jetzt geht es ja erst ins Eingemachte. Also wo ich mich am meisten darauf freue, ist, Motor ein- und Ausbau war mit der Schaltstange schon immer so ein bisschen Frickelei. Ich glaube, dass ich da natürlich deutlich schneller einfach die Schaltseile immer abmache vom Getriebe, ne? Ja, also Schaltseile abbauen sind hier zwei Schrauben. Wir haben hier so ein Klemmmechanismus entwickelt. Da kannst du von unten mit einem 5er Imbus zwei Klemmstellen losmachen. Dann werden die Schaltseile ausgeknippst und beim Einbau ist das so präzise, dass du eigentlich nicht mehr einstellen brauchst. Du brauchst das alles wieder zusammen, schraubst die Klemmen fest und bist dann hier wieder am Start. Ich weiß noch, ich musste damals immer den Hebel abbauen. Anschließend musste ich hier über dem Getriebe quasi die Führungsstange auch noch abschrauben. Oh boah, das war immer Fingerabrechen des Todes. Da kommt kein Mensch dran. So, jetzt einfach nur die beiden raus und fertig. Aber das ist auch noch nicht alles, weil der eine oder andere, der sich das Ding angeguckt hat, wird nämlich feststellen, dass hier oben tatsächlich für meine Schaltunterbrechung, jetzt müssen wir mal ganz genau hinwählen, wenn kein Auto vorbeifährt, da ist tatsächlich mein Unterbrecherkontaktor. Das heißt, ich brauche nicht mehr diesen hässlichen Schaltknauf, der da sonst immer drauf war. So ein bisschen, ja, egal, sagen wir nichts zu. Sondern hier ist die Recht für das Dockgetriebe mit Unterbrechung. Deswegen geht hier auch irgendwo eigentlich ein Kabel drauf, ne? Das ist jetzt noch nicht montiert. Ah, Kabel ist noch nicht drauf, okay. Das ist ganz einfach, wir brauchen nur die Kappe abschrauben, dann kommst du an die ganzen Kontakte dran. Hier ist ein kleiner Sensor drin und in dem Moment, wenn ich jetzt zum Beispiel so schalte, löst dieser Sensor aus, macht die Schaltunterbrechung rein und ich kann den Gang einfach so eins zu eins durchschieben mit dem Dockgetriebe. Ganz genau. Sieht auch noch ultra geil aus, der Knauf so. Gab es von euch auch schon so oder ist jetzt auch eine neue, ich sag jetzt mal, Erfindung? Gab es noch nicht offiziell. Ah, okay, verstehe. Aber jetzt kennt jeder. Und ich muss auch sagen, auch hier gefällt mir gleich auf Anhieb, dass es lang ist. Also lang ist jetzt übertrieben gesagt, aber ich würde behaupten, das kommt der Serie schon nahe. Ja. Also vielleicht ein ganz bisschen kürzer. Es ist kürzer als Serie, aber nicht zu kurz. Also wie gesagt, für den Straßenfahrer, der halt auf Serienoptik steht und damit auch cruisen möchte, ist das eigentlich die ideale Ergänzung. Also generell, diese Schaltung ist jeder, der ein RS4 oder ein S4 B5 gefahren ist, Schaltung ist bei dem Autolager eine Katastrophe. Also eine Vollkatastrophe. Sagt jeder, selbst John Pierre, als er sich ein RS4 gekauft hat, diese Schaltung, jetzt kann man ein bisschen gegenwirken, den Motor mit einer Strebe abstützen, dass das alles schon mal ein bisschen spielfreier ist. Dann wird das ein bisschen besser. Aber es gibt da einfach keine Lösung für die, die halt einfach immer geil funktioniert hat. Und ich glaube jetzt so mit der Variante alles schön im Mitteltunnel, wie ist das im Vergleich hierzu, ist auch fast sogar flacher. Also es ist auf jeden Fall eigentlich identisch von den Maßen her, weil es muss ja auch über der Gardernwelle genug Spielraum bleiben und du musst das Ding ja auch irgendwie einbauen können. Ja, aber es sieht sogar flacher aus. Weil ich hatte selbst den Platz da drunter hier immer genutzt und hatte da auch so einen Catchtank fürs Öl und so weiter. Also da gewinnt man hier wieder einen Zentimeter. Aber da kriege ich auf jeden Fall jetzt schon wieder Spaß, das Ding durchzureißen. Geil. Der Schaltknauf ist natürlich nicht Pflicht auf dem Shifter. Also dieser Shifter wird auch, da wird es auch noch andere von geben logischerweise, nicht nur einen für dich. Und der Schaltknauf ist optional. Wir können da einen, wir können adaptieren für Original-VW-Schaltknäufe. Die haben ja so eine Flachstelle da dran, wo der Schaltknauf dann geklemmt wird. Oder halt mit Gewinde. Alles möglich. Alles möglich. Aber die Rückwärtsgangssperre wird immer integriert sein, sodass ich den Hebel runterdrücken muss. Sprich, ich kann den Original-Schaltknauf oder den Schaltsack an den Original-Schaltknauf anbauen und dann ist es wirklich 100% optisch Serie. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Man kennt das sonst von euch so mit ziehen, dass man den Rückwärtsgang gerade so macht. Aber hier ist es nochmal einmal anders gelöst. Der Stift wird so rausgezogen und ich komme so in den Rückwärtsgang rein. Und sieht natürlich mal wieder extrem. Ja, man hat ein bisschen gefummelt, das alles auf so einem kleinen Raum unterzubringen, sind eigentlich bis auf die eigentliche Grundplatte, die ja jetzt keine Schweißkonstruktion mehr ist, sondern ein Frästeil aus dem Vollen, in Sonntagsarbeit natürlich entstanden beim Lieferanten, sind das alles mehr oder weniger schon Serienteile. Also da ist jetzt, die Box unten drunter ist die gleiche wie an dem Race-Shifter. Die ganze Main-Unit wäre jetzt Mini-Klassik zum Beispiel. Schalthebel ist von einem anderen Fahrzeug, da kann ich jetzt leider keinen Namen nennen. Aber ich könnte den ganzen Tag noch rumspielen. Wie gesagt, ich sehe drei für den Schreibtisch. Ja, vor allem, wenn ich mir so vorstelle, wenn ich im Auto wieder sitze. Vor allem, in dem Fall ist es ja wirklich so, kein Kuppel mehr, gar nicht mehr vom Gast gehen, sondern wirklich noch genau diese Bewegung. Unter Volllast mit 1000 PS. Und ich mag es auch, dass man so diese doppelte Bewegung hat. Beim Original-Schalter, beim Original-Shifter ist es ja eher immer so, man muss dann so in einem Stück durchdrücken. Und hier hat man ja so Gang raus, Gang rein. Ja, genau dafür sind diese Tilga-Gewichte, wo wir schon mal drüber gesprochen hatten, dass die halt den Gang mit Schwung einlegen. Das fällt hier ja komplett weg. Voll geil. Eine Frage jetzt für die Zuschauer. Wenn ich das Ding jetzt bekomme, auspacken und einbaue, was muss ich einstellen? Und wie? In der Kurzform? Alles. Das heißt, die Mittelstellung wird ja so schon passen. Da mache ich nichts dran. Ja, wir liefern ja Einmauerleitungen mit Fotos, die immer umfangreicher werden, weil natürlich für uns jede Rückfrage auch ein Grund ist, eine Einmauerleitung nochmal zu erweitern. Grundsätzlich ist alles beschrieben mit Fotos und ich sage mal für einen versierten Handwerker ist das auch alles machbar. Wir sind immer mit Rat und Tat am Telefon. Auch fünftmal, sechsmal, das ist alles kein Thema. Also hat noch kein Kunde aufgegeben und ist nicht mehr mit dem Auto gefahren. Aber es geht eigentlich beim Einstellen nur um die Anschläge oder was stellt man noch alles ein? Bei einem Seilshifter, wir haben ja keine Plug-and-Play-Seile, die eingeklinkt und festgesteckt werden, wo alle Maße fest sind. Du kannst sowohl hier bei den anderen VW-Shiftern, wie daneben an zum Beispiel, kannst du auf der anderen Seite auch noch die Länge einstellen. Von den Hüllen, von der Außenhülle und dann kannst du natürlich, wenn du an dem Wail-Seil die Kugelfanne um zwei Umdrehungen verstellst, kriegst du keinen Gang mehr rein. Also hier funktioniert jetzt gerade noch die Mittellage, aber die anderen Gänge, das ist jetzt der Vorführeffekt, hier wird es schon spannend. Da kriegst du schon keinen Gang mehr rein. Weil es muss halt mit dem Getriebe synchronisiert werden und da muss man sich halt ein bisschen Zeit vernehmen. Das heißt, wie macht man das? Weil ich würde jetzt auch gerade überlegen, also stellt man das ein und spürt man das beim Schalten oder kann man das sagen, in die und die Stellung bringen, so und so einstellen? Genau so. Okay. Wir gehen immer so vor, wir haben so Vorgaben, wie die Seile montiert werden sollten. Da gibt es ja auch Fotos, dass die Kunden das so einstellen, wie das bei uns auf den Fotos abgebildet ist. Zum Beispiel hier sieht man keinen Gewindegang, hier sieht man keinen Gewindegang, da gibt es also spezielle Fotos für, dass das so eingestellt wird. So und dann gibt es einen ganz wichtigen Punkt, dass das Seil immer mehr Weg macht, wie der Hebel am Getriebe. Also man sieht, ich habe hier noch mehr Weg am Seil, wie ich eigentlich bräuchte und in die andere Richtung muss das auch so sein. Wenn das nicht der Fall wäre und das Seil den Hebel nicht ganz frei gibt, fahre ich mir sofort das Getriebe kaputt. Bei deiner Leistung sowieso, da machst du einen Start und fliegt das Getriebe auseinander. Auch ein Dockring-Getriebe fliegt dann auseinander. Also da ist ultra wichtig, dass das eingestellt wird. Dass wirklich der Gang ganz reingeht und nicht der Schalthebel ist beschränkt. Der Gang muss ganz reingehen und das Seil nicht den Weg des Schalthebels am Getriebe beschränkt. Das ist so die Basic-Einstellung. Dann kommt halt die Mittellage, dritter, vierter Gang. Also jetzt ist der dritte Gang drin. Und dann sehen wir hier, das ist schön synchron. Ohne, ich habe in beide Richtungen gleich viel Weg. Hier sieht man, dass das ganz minimal Weg macht. Das ist eigentlich, eliminiere ich hier gerade nur das Spiel, was hier noch in dem Gleitschuh drin ist am Getriebe. Und im vierten Gang sollte das auch so sein. Sieht man, alles mittig eingestellt. Und dann sollte der Hebel bei einem solchen Getriebe, rückwärtsgang links, vier Ebenen, sollte der Hebel ganz leicht nach rechts stehen, also zu mir geneigt. Weil die Ebene dritter, vierter Gang ist nicht die Mitte des Schaltschemas. Verstehe, weil der rückwärtsgang noch dazu kommt. Genau, Mitte Schaltschema wäre jetzt genau zwischen 1 und 3. Wäre Mitte Schaltschema. Und da das nicht der Fall ist, sieht man auch von hinten, wenn man da drauf guckt, dass der nach rechts geneigt ist. Dann erreiche ich alle Gänge. Also wahrscheinlich der Laie, der das erste Mal schifft, da einmal nur zwei Stunden für brauchen, du und deine Jungs wahrscheinlich fünf Minuten, bis das alles so sitzt. Sagen wir mal so, wir brauchen zwei Stunden, der Laie braucht sechs Stunden. Ah, okay, verstehe. Also bei so einem Shifter. Ja, es gibt Shifter, die gehen deutlich schneller, wo du auch nicht wieder auf die Bühne brauchst. Da kannst du alles vom Innenraum ausmachen. Da ist auch der Erstshifter-Einbauer, ich will jetzt nicht Laie dazu sagen, ist da 100 Stunden oder anderthalb mit fertig. Ja, da brauchen wir dann eine halbe Stunde. Dann kann ich aber, sobald diese Paarung einmal sitzt, jederzeit einfach ausbauen und wieder anstecken, fertig. Ja, wie ich gerade gezeigt habe. Die beiden schraubenlos, jetzt bei dem, speziell bei dem Getriebe. Die beiden schraubenlos, die sind natürlich extra so konstruiert, dass man von unten dran kommt. Wäre schlauer, wenn das von oben zu machen wäre. Ja, aber da sind halt so Features, die bei uns eigentlich Standard sind. Man muss ja auch irgendwann nochmal dran. An den Shifter eigentlich nicht, ans Getriebe schon eher. Diese ganze Mechanik, die gibt es sonst so auch nicht, weil normalerweise ist quasi diese Schaltstange, geht nur auf den Hebel hier und macht darüber links, rechts, vor und zurück. Und diese ganze Umlenkung, das haben die Jungs sicher auch alles hier. Gibt es nur für die Audi-Getriebe-3-Version? Fünf-Gang, sechs-Gang wahrscheinlich? Die Getriebe-Version. Es geht immer um diesen Locken hier, wo jetzt dieser Fähnebel drauf sitzt. Da gibt es drei Versionen. Es gibt den hohen Nocken, das ist jetzt hier die Version. Dann gibt es diese Version oder dieses Getriebe nochmal mit einem 10 oder 12 mm flacheren Nocken mit M10-Gewinde drin. Und du wirst wahrscheinlich die Version FTP haben. Also der Getriebe-Kennbuchstabe FTP und ähnliche. Da fehlt dieser Nocken ganz. Beziehungsweise der Nocken ist zwar da, aber da ist kein Gewinde drin. Und dann muss hier so ein Geweih draufgebaut werden, wo dann dieser Hebel sich abstützt. Gibt es aber alles bei uns ab Lager lieferbar. Ja, ich bin wirklich nicht Neidestrum, was in deinem Kopf so vorgehen muss mit den ganzen Modellen. Weil das ist jetzt ja nur wieder... Wie viele verschiedene Schifte habt ihr so? Ich müsste Lüge. 100, 200? Ja, über 100 auf jeden Fall. Ne, aber da ist definitiv ein Teil so... Die Leute fragen, wo freue ich mich am meisten drauf bei dem Auto, weil ja schon vieles anders ist. Aber das wird auf jeden Fall so eine Sache sein, weiß ich schon. Weil Thema Schaltung war immer so eine Sache. Geht der Gang rein, geht da nicht rein. Dann gibt es ja diese Version. Es gab ja einen Phaeton als Schalter. Da gab es tatsächlich für dieses Getriebe auch mit Schaltseilen was. Diese Autos, da gab es aber gefühlt drei Stück von in ganz Europa. Das heißt, die Teile davon kriegt man auch so gar nicht ran. Das ist auch so eine Rieseneinheit, die dann hier so oben drauf kommt. Deswegen glaube ich, das wird richtig gut. Das wird neue Bestzeiten geben, auch hier beim Durchziehen. Bleibt das Geräusch so im Innenraum oder wird das mit Konsolen und so ein bisschen besser. Das wird deutlich leiser. Wir dürfen jetzt hier gerade nicht vergessen, das Getriebe steht auf einem leeren Ölfass. Ja. Deswegen die Geräusche. Hier meine Version, die geht direkt aus Getriebe. Genau, das ist ein Mazda Getriebe, Mazda ND, aktuelles Fahrzeug eigentlich, soweit. Da ist natürlich mit Geräuschdämpfung auch nicht sehr weit her, weil man direkt auf den Getriebe eingeht. Genau, wir sind im Getriebe und in diesem Anschlussstück, also unser Shifter Hebel hat unten eine Kugel und in dem Getriebe ist so eine Art Pfeifenkopf drin und da ist original so eine Plastikbuchse drin und da sagt die Erfahrung, dass die bei sportlicher Gange hat auch sehr gerne mal sich verabschiedet und dann kriegst du nämlich die außenliegenden Gänge nicht mehr rein, weil der Weg nicht mehr rein und die Plastikbüchse sich aufgelöst hat. Deswegen haben wir ja die ganze Geschichte ohne diese Kunststoffbüchse konstruiert, die Kugel dementsprechend angepasst in diesem Pfeifenkopf und da ist natürlich gar keine Geräuschdämpfung. Muss jedem bewusst sein, spielfreies Schalten wird erkauft durch fehlende Geräuschdämpfung. Das ist einfach so. Ich will mich eigentlich noch gar nicht verabschieden. Aber ich kann mir schon vorstellen, was uns gleich hier noch erwartet. Wenn ich sehe, wie viele verschiedene Teile das hier sind, kommen wir jetzt auch einmal dran? Auf jeden Fall. Du darfst jetzt hier auch einmal die ganze Reihe durchschalten. Ich brauche erst mal hier wo ist das aber? Es gibt natürlich auch Getriebe, die sich so roh, ohne dass sie sich drehen, einfacher und schwieriger schalten. Nehmen wir den nächsten Danehm an. Der ist schon eingeschifteter. Den? Ja. Da siehst du dich, ne? Auf dem Schreibtisch. Passt. Ja Christian, wollen wir ein paar Meter machen? Gerne. Ein bisschen gucken. Ist das hier nur irgendein, ich sage jetzt mal Kundenwunsch, oder gibt es mittlerweile die Schaltknäufe von euch auch schon im Bezogen Alcantara? Die gibt es schon so lange, dass wir zwischendurch gar nicht liefern konnten. Und jetzt gibt es die wieder. Jetzt gibt es die wieder. Okay, krass. Das ist jetzt eine alte Version mit gerader Naht. Mittlerweile haben die so eine Naht wie so ein Tennisball. Ist einfach schöner zu fertigen. Sieht auch fluffiger aus. Gibt es mit roter und mit blauer Naht. Man kann aber prinzipiell jeden Shifter in jeder Farbe mit jedem Schaltknopf nehmen? Oder ist es so, dass ihr nur Silber, Schwarz habt? Die meisten gibt es in Silber und Schwarz. Ein paar wenige gibt es in Grau. Und die Schaltknopffarbe, also alles was außer Alcantara hier steht, ist frei wählbar. Kann sich der Kunde im Shop halt so konfigurieren. Einfach durchklicken. Wie gesagt, die Grauen sind so ein bisschen raus, weil das Eloxal technisch ein Albtraum ist. Okay, also keine Grauen nehmen. Ja doch. Aber Schwarz. Die Reste. Schwarz, Schwarz und Silber. Aber könnte ich jetzt auch sagen, ich will einen kompletten Orange und einen Grün haben? Wenn du mich damit so Weißglut treiben möchtest. Also ist jetzt nicht so vorgesehen, dass der normale Endgümer sagen kann, nein, ist nicht vorgesehen. Weil das von der reinen Logistik zum Eloxieren einfach eine Vollkaterstrophe ist. Wir müssen jeden einzelnen Satz dieser Teile von, keine Ahnung, 50 Bauteilen zum Eloxieren geben. Und wenn davon ein Teil beim Eloxieren kaputt geht, fängst du von vorne an. Also wir geben dann einen Teil zum Eloxieren. Wenn der Kunde jetzt sagt, ich hätte gerne in Lila den ganzen Shifter, haben wir ihn nicht am Lager, lassen wir eigentlich auch ursprünglich nur Eloxieren, wenn wir wirklich mal eine Serie Schaltknöpfe Eloxieren lassen. Und ich kann nicht einen Teil zum Eloxieren geben in einer Fahrer. Das funktioniert nicht. Deswegen, Schwarz hat sie eigentlich durchgesetzt, ist super pflegerecht. Schwarz ist ja auch einfach. Klassisch. Ich finde, Schwarz geht immer. Hättet ihr noch eine Kleinigkeit. Kommt dir bestimmt bekannt vor, wenn du noch reinguckst. Da sind eure Schaltknöpfe drin, ne? So werden unsere Schaltknöpfe verpackt. Das heißt, die kommen immer so? Die kommen nicht zusammengebaut auf Schiften? Nein, die kommen nicht zusammengebaut. Weil die Gefahr, dass das verkratzt wird, einfach viel zu groß ist. Ich habe schon auf dem Abbad eine Orange drauf. von euch. Ja. Aber natürlich ohne das Essen. Das sollst du natürlich jetzt tauschen. Das ist gelasert, ja? Ja. Wir haben eine Rundachse auf unserem Laser, da können wir auch Rundteile mit Lasern durch den Lasern. Geil. Kommen wir ein paar Details in den Raum. Vielen Dank, sehr schön. Wenn wir schon mal hier sind, das sieht schon extrem technisch bei euch aus. Und, egal welches Teil man sich anguckt, darf die Alu-Teile so anfassen? Muss man ja mal fragen, ja. Aber nur das eine. Ganz schwerer Herzen. Ja, das war angeteilt, aber ich fasse es positiv an. Das ist halt für mich auch nicht einfach nur so, wir bauen einen Teil, sondern irgendwie so an der ganzen Formgebung, diese ganzen Rundungen, die ganzen Radien, die ganzen Phasen, steckt da irgendwie in jedem Teil irgendwie immer Liebe drin. Weißt du, weil man könnte es ja mit Sicherheit auch deutlich einfacher bauen. Ja, natürlich. Klar. Es geht schon los, das halt nicht aus Alu zu machen. Aber das bei uns haben wir nie gemacht. Wie gesagt, haben wir vorhin noch drüber gesprochen, Aluminiumschweißen ging damals, damit ging es eigentlich los und da sind wir immer bei. Guckt euch das mal an, selbst hier drin, wirklich, es gibt keine unbearbeitete Kante. Nein. Es ist an jeder Kante nochmal einmal wieder eine Phase dran, dann auch wie schön das Ganze am Ende noch gebürstet ist. Ich will nicht wissen, wenn man schon so detailverliebt ist, wie das bei euch mit Ausschüssen und so weiter ist. Wie oft da mal irgendwie der Schweiß haben wir kurz irgendwie. Beim Schweiß haben wir so gut wie gar keinen Ausschuss. Aluminium ist relativ dankbar beim Nacharbeiten, also wenn wirklich mal eine Macke drin ist und das noch nicht eloxiert ist, kann man so ein Teil nacharbeiten. Wenn da wirklich irgendwie so eine Kitsche drin ist und du schweißt da einen Punkt drauf, schleifst das nach, geht. Haben wir aber so gut wie gar nicht. Aber das heißt, selbst wenn hier jetzt eine Macke drin wäre, wäre das für euch schon Ausschuss eigentlich? Ja. Selbst dicke Kratzer. Ausschuss geht direkt. Ich weiß, warum hier nichts anfangen darf. Du hast Glück, dass das noch nachbearbeitet wird. Ja, so sehen die Teile halt aus, wenn sie vom Schweißen kommen. Selbst das ist ja nicht hässlich. Nur hier hast du halt beim Schweißen immer so ein bisschen Zunderbildung. Ja, so roh, ein geschweißter Teil finde ich persönlich auch immer geil. Aber das würde auch mit der Zeit anlaufen, glaube ich, wenn die Leute immer so draufpacken und so. Ja, solange wie Aluminium nicht eloxiert ist, wird es immer anlaufen. Also speziell Schweißfinger, wenn du so ein Blechteil am Ende der Saison einmal mit dem Schweißfinger angefasst hast, aus Versehen oder absichtlich, stellst das Auto über den Winter in die Garage, hast du am nächsten so einen CSI-Fingerabdruck, hast du im nächsten Frühjahr da drauf, den kriegst du ohne mechanische Bearbeitung nicht mehr weg. Das heißt, sowas bekommt ihr schon geschweißt, also es wird woanders geschweißt? Nein, die schweißen wir hier. Schweißfinger, okay. Also zu 99,9% wird alles hier im Haus geschweißt. Ja, und das ist halt wirklich jedes Teil wieder komplett anders vom Aufbau, Ja. Ja, hier ist unsere komplette mechanische Bearbeitung, wenn man so will. Also wir machen die ganze CNC-Zersparnung nicht selber. Also Konstruktion, Entwicklung, CAD-Daten, Vorbereitungen und dann geht es zum Lieferanten, beim Lieferanten dann halt die entsprechenden Sitzungen für jedes Bauteil setze dich im Endeffekt mit so einem Lieferanten zwischen einer Stunde und einem ganzen Tag zusammen oder auch mal ein ganzes Wochenende wie zum Beispiel so eine Basis für so einen Audi-Street-Shifter dauert dann auch schon mal länger immer ganzen Sonntag beim Lieferanten und dann kommen die Teile halt in den entsprechenden Stückzahlen so wie wir die brauchen. Und wenn mal was nachgearbeitet werden muss, dann wird das hier gemacht. Genau. Dafür haben wir eigentlich die Maschinen, eine kleine Fräsmaschine, zwei Drehmaschinen. Ist glücklicherweise nicht allzu viel. Ist in den meisten Fällen eigentlich Prototypenbau, wo wir mal selber entspannen. Aber das ist auch gut, wenn man das im Haus machen kann, ist das schon immer die halbe Miete. Also Prototypenbau machen wir ja komplett selber. Von der ersten Skizze, wir können gleich mal drüben gucken, ich habe da gerade so ein lustiges Projekt liegen für einen Steier-Puch. Ist irrwitzig, Aufwand zu betreiben, um das Ding zum Schalten zu kriegen. Aber wenn es funktioniert, macht es ja Spaß. Alles gut. Zeig mal ja. Mal angucken. Genau. Das ist echt so eine Schaltstange. Ja. Das ist jetzt Steier-Puch, ganz witzig. Mit hier mit hochbelastbaren Schaltgelenken. Also das ist schon wirklich, das sieht aus wie aus der Puppenstube. Ganz witzig eigentlich. Aber ist halt die ganze Vorbereitung, Maße nehmen, Übersetzungsverhältnisse berechnen, erst mal im Auto Fotos gemacht, hier Drehwinkel, Schaltstange und so weiter. Und danach kommt dann halt die Konstruktion, das an die Gegebenheiten des Fahrzeugs anzupassen. Und das war Original, steckt ihr das auch einfach so drin? Genau. Oh, die Plastikbüchse. Wie sieht eure Version jetzt aus? Die gibt's noch nicht. Die gibt's ja. in der Planungsphase. Aber wie man hier sieht, wir nehmen einfach irgendwelche Teile erst mal aus dem Regal und gucken dann, was dafür verwendbar ist. Mittlerweile haben wir so ein breites Spektrum an Einzelteilen, dass wir nicht mehr allzu viele Teile anpassen müssen. Bei dem ist auf jeden Fall klar, der braucht eine eigene Bodenplatte. Aber die eigentlichen Schalthebelteile und Mainunits und so weiter, das ist alles schon fertig. Das heißt, ihr messt dann wirklich aus die Schaltwege, die Winkel? Ja, das ist die Basis. Also wenn ich nicht die Maße vom Fahrzeug nehme, Drehwinkel, Schaltstangen, Bewegungen mir vorher zurechtlege und dann mal einen Taschenrechner in die Hand nehme, weil das ist eigentlich die Basis für jede weitere Übersetzungsverhältnis zur Berechnung. Also die Berechnung des Übersetzungsverhältnisses. Sonst wollen wir nicht anfangen. Wir brauchen nicht einfach irgendwie den Hebel da reinstecken und dann wird dann schon irgendwie schalten. Dann mache ich keinen mit glücklich. Du sagst Übersetzungsverhältnis, das ist das Verhältnis zwischen eigentlich Betätigung im Innenraum und Betätigung am Getriebe. Genau. Guck mal, hier ist ganz relativ simpel. Hier sitzt der Schalthebel drauf. Die macht einmal die Drehbewegung fürs Wählen, also die Gassen zu wählen. Das geht natürlich nach hinten beim Puck, für alle die es nicht wissen. Fährt 500 Basis mit Boxermotor. Die Staltstange, die Schaltbewegung geht halt geradlinig vorwärts-rückwärts. Und die Kombination daraus, du hast hier einen gewissen Weg, den die Schaltstange macht, der ist jetzt bei dem Auto extrem klein, weil da auch nur so ein Spielzeuggetriebe drin ist, und eine Drehbewegung, die ja, die Kugel macht ja auch einen Weg rechts-links. Und in dem Moment hast du zwei Wege, X und Y. hier ist das Problem, dass der extrem viel Schwenkwinkel macht, aber nur ganz wenig Schaltweg. Und das dann wieder so umzusetzen, dass du oben wieder deine 70x70mm an dem Schalthebel hast, der ja dann auch noch festzulegen ist, eine festzulegende Höhe hat, da musst du einfach nur einen Taschenrechner für nehmen, die richtigen Zahlen eingeben und schon hast du das Ergebnis. Klingt einfach. Okay, das heißt, wo geht es weiter? Da oder lang? Da lang. Wir gehen mal in die Montage. So, das ist jetzt Montage hier? Ja, hier ist Montage für Einzelkomponenten und auch dann für die fertigen Schifte. Hat so ein bisschen was von labormäßig irgendwie, finde ich. Hat noch nie anders ausgesehen. Ich meine, das ist alles so ganz genau alles in Schälchen. Ja, auch wenn die Teile sehr sehr ähnlich aussehen, aber du musst schon die Disziplin haben, alle Sorten rein zu lagern, weil sonst verlierst du absolut den Überblick. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber hier in der Montage muss mich auch durchfragen mittlerweile. Keine Chance. Weil dafür gibt es einfach zu viele Einzelteile. Ja, krass. Die schwarze Schublade und hier geht es weiter mit Grau. Alles Einzelteile und Farme. Das ist das, was ich vorhin meinte, die Vielfalt an Teilen, die man doch in Summe dann so braucht. Ja, ich kann die Stückzahl selber aus dem Kopf keine Ahnung, aber sind schon einige Tausend. Und die Jungs hier, die machen wirklich den ganzen Tag dann nur Montage? Ja. Oder wird das irgendwie auch, dass die gleichzeitig auch mal zersparen, irgendwie Entwicklung machen oder so oder wirklich Reihen nur Fertigung? Nö, hier hat jeder eigentlich seine Aufgabengebiete, sogar Unterschiede, ob jemand jetzt die Endmontage-Shifter macht, weil das ist so die Königsklasse hier, der Schrauber und die Komponenten-Montage, da musst du natürlich auch dein Know-how mitbringen. Da ist schon nicht mal eben schnell zusammengesteckt, so ein Shifter. Das ist jetzt eine Getriebehalterung. Auch wieder mit so Klemmteilen für die Schaltseile. Für die Schaltseile, ja. Und da kommen nochmal die doppelte Anzahl an Teilen dran, bis nur diese Getriebeumlenkung am Lager liegt und in der EDV gebucht ist. Dieses Teil einfach komplett aus dem Fäulen zu fräsen, macht keinen Sinn. Es gab mal Zeiten, wo das Sinn gemacht hätte, mittlerweile bei den Materialpreisen keine Chance, weil der Klotz ist ja doppelt so groß an Volumen wie das, was jetzt davon überbleibt. Ja, mindestens. Und dafür haben wir die Stückzahlen, bei dem Produkt geht es auch nicht. Es gibt andere, da sind wir gerade in Verhandlungen dass wir wirklich so ein Gehäuse mal aus dem Vordergrund fräsen. Und da muss ich mich aber noch so zwei, drei Sonntage mit dem Lieferanten zusammenziehen. Lange, lange Wochenende. Ja. Ja, hier wäre jetzt mal ein Gucken, die Jungs haben hier umgeräumt. Das sind dann die vormontierten Main Units. Hier sieht man auch schon wieder Unterschiede. Jetzt, die laufen jetzt aus. Ja, ist eigentlich nicht ganz richtig einsortiert, weil die kurzen Bolzen, wir lassen jetzt diese, speziell diese Bolzen, die haben hier hinten immer fünf Millimeter übergestanden und das hat mich immer so ein bisschen gestört. Jetzt lassen wir die Normteile nach CAE-Norm machen, weil es die nicht in 85 Kilometer lang gibt. Also 90er Bolzen, jetzt lassen wir, es gibt auch 80er, die sind aber zu kurz. Ach, nur damit? Müssen wir die Normteile für uns machen. Nur damit das hier nicht mehr... Genau. Es läuft aber auch alles schön weich, ne? Das ist halt eine Frage der Passung. Da muss man sich halt mit dem Lieferanten dann nochmal auseinander... Ein Sonntag zusammensetzen. Ja, und wenn das dann einmal steht, dann steht's, ne? Dann brauchst du da nicht mehr drüber diskutieren. Ich hätte aber gar nicht gedacht, ich hätte niemals gedacht, dass das so in Alu ohne jegliche Buchse und so weiter so schön läuft. Ich hätte immer gedacht, dass da irgendwie eine Messingbuchse oder irgendwas rein muss. Macht keinen Vorteil. Die Teile sind jetzt alle schon elixiert? Nein, das ist... Alu bleibt immer blank. Das bleibt komplett blank. Okay, da hat der Kunde dann Pech gehabt. Es gibt ja viele, die stehen auf die Optik. Ich finde die Optik auch... Mit Finger abdrücken und so weiter. Ja, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber ganz klar, Lappen mit Bremsreiniger, abwischen, niemals reinsprühen, weil in dem Moment, wo du natürlich da das Fett aus den Lagerstellen wäscht, hast du ein ganz anderes Problem. Ja, dann kann der lieber ein paar Stippen haben, der Schifter. So sieht so ein Schifter-Gehäuse aus, wenn es zum Eloxieren zurückkommt. Natürlich, Eloxal, komplett unempfindlich. Ist komplett Schweiß- und Säureresistent und verzeiht auch alles Mögliche an Putzmitteln. Das ist jetzt so ein Schifter-Gehäuse, ist auch so ein Ding von uns, was wir entwickelt haben, weil manche Schifter sind so voluminös, dass du die Mittelkonsole hinterher nicht mehr drüber kriegst, wenn der Schifter eingebaut ist. Und dann muss man halt den Weg gehen, erst den Schifter einbauen, komplett. Also der ist natürlich dann hier mit vier Schrauben komplett zusammen, das ist ein Teil. Schifter einbauen, alles einstellen, die vier Schrauben raus, quasi die Verbindung nochmal lösen zu den Schaltseilen, das Oberteil abnehmen, Mittelkonsole drauf, Oberteil wieder drauf, Schrauben rein, alles wieder einklinken, losfahren. Und das ist halt auch wieder Punkt Erfahrung über Jahre, weil sowas merkt man ja erst, wenn der Erste das probiert zusammenzubauen und es geht nicht. Ja, dafür haben wir ja, wir machen ja keine Prototypenentwicklung, wenn nicht das Auto hier ist. Sonst würdest du solche Sachen wirklich zum Kunden schicken und der sagt dann immer, das mache ich aber nicht, das passt nicht oder ich schneide nicht meine Mittelkonsole in zwei Teile. Der wird erstmal die Mittelkonsole mit flexen. Nee, Prototypenentwicklung immer mit Auto hier bei uns. Auch der Puch wird auch zu uns kommen. Hier ist unser Wägelchen, wo alles vom Eloxieren zurückkommt und dann halt beschriftet wird. Wir haben ja jeden Shifter, jeder Shifter hat ja eine Artikelnummer. Da kannst du jetzt mit der Nummer selber kannst du eigentlich nichts anfangen, aber die interne Nummer von uns ist. Das ist also nicht die Artikelnummer, die der Kunde gekauft hat, sondern das ist die Artikelnummer von dem Einzelteil Shifter. An der Basis, ja. Zu dem kompletten Bausatz gehört ja nicht nur der Shifter, sondern da gehört ein Schaltknauf. Da gehören dann womöglich Schaltseile, Zugehörpaket, Getriebeanlenkung und so weiter und so weiter dazu und alle Teile sind halt einzeln gebucht, sodass wir die in der EDV pflegen können. Genau, irgendwas, was wir den Leuten noch mitgeben müssen auf dem Weg auf jeden Fall, irgendeine Abteilung nach, die wir sehen müssen. Du meinst Aluminium Fertigung ein bisschen, irgendwas, willst du da noch was zeigen? Wir können doch mal kurz ins Blechlager gucken. Ist allerdings im Moment relativ leergefähigt. Wie ist das so mit Alu? Kriegt man noch alles oder wird da auch schon schwieriger? Es wird schwierig, man muss natürlich fortplanen. Letztes Jahr gab es ja schon und dann muss man halt mal ein bisschen Material bunkern beim Lieferanten. Nicht nur beim Blech so natürlich, sondern auch bei Blockmaterial und Rundmaterial. Das ist genau das Gleiche. So, weil das sind die Teile, die ich euch unbedingt einmal zeigen wollte. Weil aus diesem Teil wird dann nämlich dieses Teil. Krass. Krass. Ja klar, krass. Aber ja, ist ja logisch. Wie in der Schule beim Basteln. Ja, ja. Und dann muss noch geschweißt werden. Das ist wahrscheinlich jetzt noch ein relativ einfaches Teil, was Kanten angeht. Das wird ja deutlich. Ja, interessant wird es dann, wenn solche Teile gekantet werden. Weil die werden wirklich zugekantet. Also die Kanten stoßen hinterher aneinander. Also außen. Das heißt, da wird man dann auch schon richtig Kantwerkzeuge für brauchen. Also das wird nicht einfach in eine normale Kantenbank gehen, sondern da braucht man natürlich spezielle Prismen. Wir haben extra uns so große Kantenwerkzeuge, also hohe Kantenwerkzeuge machen lassen. Die brauchen ja nicht besonders breit sein. Auch da ist so ein bisschen Knopf-Hoff vonnöten. Kommt halt über die Jahre. Aber das Kanten macht ihr teilweise selber, aber nicht alles. Also manche Teile kriegt ihr auch gekantet schon. Es gibt Teile, die wir fertig gekantet bekommen, weil unsere Werkzeuge dafür nicht geeignet sind und die auch in so großen Stückzahlen laufen, dass das für uns einfach nicht rechnet. Aber hier solche Stückzahlen, die so Losgrößen 50, die machen wir selber. Ich weiß mal, wie viele Autos und Schiff da durchirgendwann. Das wird sich immer wieder wahnsinnig. Ja, aber global. Ja, weltweit. Das ist unsere Kantenbank. Da ist allerdings im Moment ein Mietwerkzeug drauf. Krass. Das sieht jetzt nicht so aus wie die Kantenbank, die ich so kenne. Nein, die Miniaturausführung ist aber auch CNC-gesteuert. Aber wir machen eigentlich alles auf der Maschine. Wir prägen Schriftzüge, wir vernieten, wir formen um. Also biegen ist das eine, umformen dann richtig ins Gesenk ist das andere. Weil es ist schon so, wie ich mir das jetzt vorstelle, dass das nichts mit einer normalen Kantenbank zu tun hat, sondern schon alles irgendwie um ein Werkzeug rum gekantet wird. Also stelle ich mir jetzt extrem schwierig vor, das nicht überhaupt zu kanten. So ein Werkzeug sieht dann auch mal so aus. Genau, verstehe. Und wenn ich mir jetzt überlege, guck mal, ich habe über 100 Shifter, alleine wie viele Werkzeuge ihr hier lagern müsstet, wenn ihr das alles selber kanntet. Wobei das ist schon ein sehr, sehr gutes Universalwerkzeug, nur Werkzeuglogistik ist schon... Aber da gibt es ja Spezialfirmen für. Ich schicke es ja im Endeffekt das zu kantende Teil hin und so muss das aussehen mit CAD-Daten und dann kriegst du ein fertiges Werkzeug wieder, was so funktioniert. Haben wir hierzu das Blech gerade, was da dann drumherum kommt? Ich hole mal eins. Das ist jetzt ein ganz typisches Mantelgehäuse. Die erste Kantung, wenn der zweite Schenkel noch nicht gebogen ist, ist ja eigentlich hier nur eine 80-Grad-Kantung. Das ist überhaupt kein Problem. Kannst du mit jedem Werkzeug der Welt machen. Weil der ja dann hier flach aufliegt, mehr oder weniger. Oder der steht ja so im Gesenk. Ich muss nur das Gegenwerkzeug dazu holen. Das ist ein bisschen kurz, aber ist egal. Die erste Kantung steht so da drin. Dann steht der Blechflügel so hoch. Gar kein Problem. Nirgendwo Kollision, Werkzeug kann theoretisch gerade sein. Der zweite Flügel, so ist dann der zweite Arbeitsgang und der tickt wirklich da oben an beim Liegen. Und ohne so ein Werkzeug keine Chance. Ja, klar. Ein Glück, Alu lässt sich ja noch einigermaßen kanten immer, aber trotzdem. Es gibt Alu und Alu. Wir haben auch schon Alu-Legierung mir angeliefert gekriegt, die sind sofort gerissen beim Kanten. Das ist dann nicht die richtige Kantqualität. weil auch die Blechlieferanten sitzen also hier mit dem Auto fünf Minuten weg. Genau, das ist nämlich so diese herkömmliche Kantbank, die man eigentlich so kennt. Und da so ein Teil rauszukanten, da hört es halt bei der zweiten Kantung schon auf, weil man nicht mehr weiterkommt. Weil es irgendwo immer gegenkommt. Kann man dann auch passendes Werkzeug für bauen natürlich, aber... Die ersten Shifter sind ja so entstanden. Dann hat man halt... Man muss halt den letzten Handgriff dann anders machen. Aber das ist jetzt so top secret, das kann ich leider nicht erzählen. Ich würde auch sagen, Teil zwei haben wir jetzt auch voll. Mir raucht nämlich persönlich schon der Kopf. Aber höchstgradig interessant. Mega coole Firma, dass ihr das hier in Deutschland immer noch so durchzieht seit 20 Jahren. Und ich finde es auch geil, dass es nach wie vor so diese Nachfrage gibt. Weil das zeigt ja so ein bisschen, dass es immer noch ein paar Leute gibt, die wirklich sportlich unterwegs sind. Weil so ein Shifter ist ja so ein typisches Produkt, das kaufst du dir wirklich nur, wenn du auch selber schnell schaltest. Und ich behaupte, es gibt Leute, die haben in ihr Leben noch nie irgendwie schnell geschaltet oder irgendwas. Die nutzen den Knippel da einfach nur mal die Gänge einzulegen. Und gibt es also doch noch ein paar unter euch, die gerne mal am Hebel ziehen. Ja. Danke für diese Einblicke. Ich freue mich auf den Shifter. Macht das Telefon schon mal aus, wenn ich ihn einbauche. Weil ich werde garantiert einruhen, ein Anruf zum Einstellen. Nee, aber vielen, vielen Dank. Bist du da nicht aus der Welt? Nee, Anrufer ist ja gleich weg. Genau. So. Und ja, ihr dürft euch noch auf ein paar Videos freuen, wie ich da am Hebel ziehe. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020